Lieder! 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 Letzter Angriff in diesem Spiel. Körner liegt mit einem Punkt zurück. Der Ball muss rein. Zwei Verteidiger stehen ihm gegenüber. Der erste, Frank Buschi Buschmann. Das ist eine echte Kante in der Verteidigung. Aber da, Buschmann verlässt seinen Verteidigungsplatz. Er verlässt einfach die Verteidigungsposition. Denn ein Fan hat zu ihm rübergerufen. Buschi, ich will ein Selfie von dir. Aber da ist der nächste Verteidiger. Und das ist ein ehemaliger MVP der BQBBL. Big John Bryant. Er kommt austrainiert aus dem Urlaub zurück. Körner weiß, er kommt nicht so einfach an ihm vorbei. Und dann greift er zu einer Finte. Er greift in die linke Gesäßtasche, holt einen riesigen XXL-Burger raus. Bryant ist verwirrt. Was soll er tun? Er schaut rüber zu seinem Coach. Der Coach längst im Spielfeld. Pesic weiß natürlich, dass Bryant den Burger möchte. Bryant kennt aber auch das Straftraining von Pesic. Burger oder Ball. Burger oder Ball. Er entscheidet sich für den Ball. Er geht auf den Ball. Das Spiel ist aus. Körner verliert das Spiel mit einem. Aber er gewinnt einen XXL-Burger. Bad Al看oriert Dahl 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 Dahl